Anscheinend vergeht kein Tag, wo es nicht neue Schlagzeilen über die tolle EM in Deutschland gibt. Und da wir im besten Deutschland aller Zeiten leben, müssen wir natürlich auch die beste EM aller Zeiten veranstalten hier in Deutschland. Und da titelt jetzt hier dieses Utopia-Portal veganes Essen und Unisex-WCs. Larm will mit EM 2024 neue Standards setzen. Die ganzen Skandale fingen ja hier an mit diesem unsäglichen und schlecht gelungenen Paradies-Vogel-Trikot, das ich auf keinster Weise anziehen würde, wenn ich Sportler wäre. Und da kam ja jetzt sogar noch hier ein ganz ansehlicher Vergleich raus, dass hier diese bisexuellen Flagge eigentlich wunderbar mit dem neuen DFB-Trikot hier passt. Aber wie der Spruch hier unten drunter schon sagt, vielleicht bilde ich mir das ja nur ein. Oder hier diese, naja, eigentlich eindeutige Geste, die ja jetzt allerdings relativiert und abgestritten wird von allen möglichen offiziellen Seiten. Wenn Björn Höcke eine annähernd verbotene Geste gemacht hätte oder fragliche Geste gemacht hätte, würde das sicherlich anders aussehen. Aber sei es drum, wir kümmern uns um veganes Essen und Unisex-WCs zur EM. Das scheint ja wohl am wichtigsten zu sein. Ja, zu dieser Seite Utopia, ich kannte die erst gar nicht, habe ich dann erstmal geschaut, wo kommt das Ganze her. Und das Ganze ist hier eine deutschsprachige Online-Plattform zu dem Thema Nachhaltigkeit. Das Online-Magazin rangiert zurzeit unter den 300 am häufigsten besuchten Internetangeboten in Deutschland. Ist also schon recht gut besucht. Eigentümer sind die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, die zum Medienholding der SPD gehört, sowie die Umweltbank. Also ganz weit linksgrün außen. Das Ganze passt ja wunderbar hier zum DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Der ist ja auch deutscher politischer SPD-Beamter, steht ja hier. Und auch wenn es ehemalig ist, aber sein linksgrünes Herz wird in der Brust noch schlagen. Und so ist dieses Portal Utopia hier einzuordnen. Und jetzt schauen wir doch mal, was sie da alles so vorhaben. Der gute Philipp Lahm ist jetzt seines Zeichens da Turnierdirektor und ist dann halt dafür zuständig, diese ganze Organisation rund um die EM da durchzuführen. Und er will neue Standards einführen in puncto Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Zu diesen Maßnahmen zählen veganes Essen und geschlechtsneutrale Toiletten. Ja, liebe Freunde, liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Ich denke mal, ihr habt alle darauf sehnlichst gewartet, dass ihr eine geschlechtsneutrale Toilette habt und endlich auch einen Salat beim Spiel essen könnt. Also diese ganzen Leute wollen einem dann Fußball gucken doch sowas von madig machen. Also ich bin sowieso kein großer Fußballfan, aber das gibt mir alles den absoluten Rest. Niemals würde ich da noch irgendwas gucken, geschweige denn ins Stadion gehen und da noch Geld für ausgeben, dass so ein Schwachsinn da umgesetzt wird. Dieser Satz gefällt mir hier besonders gut. Und gemeinsam mit seinem Team habe er alles dafür getan, dass die EM in Sachen Nachhaltigkeit eine Vorbildrolle einnehmen werde, erklärte er laut Pressemitteilung des Bundestags in einer öffentlichen Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Wir wollen für nachfolgende Sportveranstaltungen auch in anderen Ländern Standards setzen, so lahm. So, das heißt, diese ganze Woke-Regenbogen-Ideologie wird da jetzt massiv beworben, damit dieser Schwachsinn dann auch in die Welt getragen wird. Und das alles wieder mit Bundesmitteln, also mit Mitteln aus unseren Steuergeldern, gehe ich jetzt mal davon aus, sonst warum sollte sich der Bundestag auch mit so einem Schwachsinn beschäftigen. Wenn wir da nicht eine Ampelregierung hätte, die ja nichts anderes zu tun hat, als solchen Schwachsinn da zu betreiben und wichtige Politik wie Arbeitsplätze schaffen oder die Wirtschaft am Laufen halten, die Inflation zurückdrängen, alles nicht hinbekommt. Da kann man ja mit so einer EM und diesem ganzen Regenbogen-Gaga-Gaga kann man da wunderbar von seinem eigenen Versagen ablenken. Sein Organisationskomitee hat das Ganze auch mit dem DFB und der UEFA abgesprochen. Unterteilt ist das Ganze in die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. In Sachen Umweltschutz kann man eigentlich gar nichts groß dagegen sagen. Also Ticket-Inhaber, die dürfen dann auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen und kriegen Züge im Fernverkehr zu reduzierten Preisen. Erstmal nicht schlecht, dann wurden die Spiele so organisiert, dass die DFB-Spieler oder diese ganzen Fußballspieler da nicht von einem Stadion zum anderen groß hin und her reisen müssen. Ja, dann wird es fraglich, da ist ein sogenannter Klimafonds eingerichtet worden, wo dann irgendwelche angeblichen CO2-Emissionen irgendwo dann wieder kompensiert werden. Wasserverbrauch wurde optimiert. Das ist immer so eine Frage. Ich weiß das von großen Verwaltungsgebäuden, wo der Wasserverbrauch optimiert wurde. Die hatten nur Probleme mit verstopften Leitungen. Also das eine Problem, was man da vermeintlich gelöst hat, schafft dann ein anderes Problem. Und um die Leitung wieder freizukriegen, muss man dann eh wieder mit viel Wasser spülen. Also ja, da sei mal dahingestellt, ob die das vernünftig gemacht haben. Und dann gibt es halt in allen Stadien, neben fleischhaltiger Kost, auch vegane und vegetarische Speisen. Also solange die da das Fleisch nicht von der Karte streichen, will ich da auch gar nicht groß gegen anreden, weil soll ja jeder selber essen, was er möchte. Also können sie das auch gerne anbieten. Ich würde trotzdem immer wieder zum Fleisch greifen, weil es mir einfach schmeckt und ich das gerne esse. Dann kommen wieder so Sachen wie Vielfalt, Inklusion, gefeiert und sichergestellt werden. Also erstmal finde ich das auch gar nicht schlecht, wenn man alle Menschen, auch Behinderte und so, da zur Teilhabe an so einem Sportfestival befähigt. Also das finde ich erstmal gut. Kulturell vielfältige Speisen, geschlechtsneutrale Toiletten, auch kulturelle Speisen. Gerade im Zuge einer EM macht das auch Sinn, da Speisen anzubieten von den anderen Nationen, die auch an dieser EM teilnehmen, ist erstmal nicht schlecht. Geschlechtsneutrale Toiletten, also da hört dann der Spaß bei mir wieder auf. Den kann ich Ihnen nicht entgegenkommen. Da sage ich mir, Toiletten für Männer und Frauen reicht. Denn meiner Meinung nach gibt es da nicht viel mehr. Ich weiß nicht, wie man es hier so sagen kann und darf. Gewisse Fakten darf man ja heute einfach nicht mehr beim Namen nennen, ohne Angst vor Zensur zu haben. Was ich richtig fragwürdig finde und echt auch anprangern möchte, ist hier diese Kontaktstelle für Online-Beschwerden. Das heißt also, Denunziantentum allen Anzeigen Hauptmeister ist wieder Tür und Tor geöffnet. Ansonsten, ja, Fahrradplätze, gesunde Speisen können auch nicht schaden. Solange man da noch Auswahlmöglichkeiten an Speisen hat, ist das auch in Ordnung. Rauchverbot in Stadien, naja, das ist mir eigentlich egal, obwohl ich Nichtraucher bin. Naja. Aber kommen wir dann noch hier zum letzten Absatz, denn den finde ich wirklich toll. Den müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Denn hier im letzten Absatz wird das Ganze wirklich der Lächerlichkeit preisgegeben. Denn die ganzen großen Töne von sozialer Gerechtigkeit, Gleichheit und Vegan und Toiletten und so, spielt dann beim Thema Sponsoren überhaupt keine Rolle mehr. Denn Geld stickt nicht, sagt man ja so schön. Denn hier haben sie als Großsponsoren den Geflügelproduzenten Wiesenhof, den Softdrinkhersteller Coca-Cola und Visit Katar, ein Unternehmen der Tourismusbehörde des autokratischen Staates Katar. So ganz passt das nicht zu den beworbenen Werten Klimaschutz, Gesundheit und Menschenrechte. Und genau das ist es doch, was ich immer sage. Die Leute heucheln uns einen vor. Wenn sie doch so konsequent ihre komischen Ideologien durchsetzen wollen, warum lehnen sie dann diese Sponsoren nicht ab und sagen, Nein, eure Produkte, euer Umgehen mit der Natur, euer Umgehen mit den Mitarbeitern oder im Fall von Katar eure ganze Staatsführung, das widerspricht allen unseren Werten, die wir mit der EM hier kundtun wollen. Da können wir euch keine Werbeplattform bieten. Aber nein, das tun sie nicht. Das Geld von solchen für die fragwürdigen Unternehmen nehmen sie mit Kusshand. Aber uns wollen sie mit ihrer ganzen Woken-Propaganda diese fragwürdigen Werte aufdrängen, diese Lebensweise aufzwingen. Wir sollen da nicht gegen angehen. Wir sollen nicht dagegen sprechen. Wir sollen das mitmachen. Wir sollen das toll finden. Und alle, die das nicht toll finden, sind blöde Aluhutträger, Schwurbler. Ihr kennt die ganzen Bezeichnungen. Aber wenn das Geld von gewissen Unternehmen kommt, dann ist es egal. Und wie ich schon gesagt habe, Geld stinkt nicht. Ja, liebe Freunde, was haltet ihr von dem ganzen EM-Treiben da mit veganem Essen und Unisextoiletten? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Und teilt gerne das Video, damit auch andere Leute von diesem Gegensatz erfahren, dass hier einmal eine woke-Ideologie betrieben wird, dann aber das Geld von jedem, der zahlt, genommen wird. Und das muss doch mal bekannt werden. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, gerne auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!